Ich bin in der WDR aufgelassen. Lassen Sie den Mann doch bitte durch, weil wir von der CDU würden für ihn. So eine Art Unbedenklichkeitsbescheinigung. Die Landstorff-Projekt. Das Landstorff macht ihr geschrieben, 1982, von damaligen FDP-Durchschaftsminister Landstorff, damit noch die FDP letztlich das Drehbuch für den Sozialabbau. Das Landstorff-Projekt. Das Landstorff-Projekt. Untertitelung des ZDF, 2020